Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kuschel und in diesem Video geht es um das Loot-Lama. Ihr habt bestimmt schon gesehen, jetzt Woche 1 aus Season 6 hat natürlich wieder neue Wochenherausforderungen und ihr wollt die natürlich alle lösen, um dann zum einen natürlich an sich im Battle Pass hochzuleveln und natürlich um den geheimen Battle Pass Stern aus Woche 1 zu holen. Aber eben um den zu holen, müsst ihr alle Herausforderungen einmal gemacht haben. Ja und leider gibt es eine Herausforderung in dieser Woche, die heißt, durchsuche ein Vorrats-Lama. Und zwar ist es die letzte Phase von mehreren Phasen. Ihr müsst erstmal Kisten, also Truhen öffnen, dann müsst ihr zwei Supply Drops öffnen und dann müsst ihr wirklich ein Lama öffnen. Und das steht in Klammern natürlich schwer dahinter. Ihr bekommt vier Battle Pass Sterne, also kleine vier Battle Pass Sterne im normalen Battle Pass. Und das Problem daran ist halt, dass es echt schwer ist, teilweise ein Lama zu finden. Leute, wenn euch dieses Video hilft und ihr mich unterstützen wollt, dann tut mir echt den Gefallen. Lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da und schaltet eure Glocke auf aktiv auf alle Benachrichtigungen ein. So wie bereits gesagt, es ist einfach so, dass ihr ein Vorrats-Lama suchen müsst, um eben diese letzte Phase abzuschließen. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer. Leider zählt natürlich Playground, also Spielwesen nicht. Da gibt es hier zig Lamas. Es zählt halt für die Herausforderungen nicht. Das heißt, ihr müsst euch wirklich im Spiel, also jetzt 50-50 Modus, Squad Modus, Solo, Duos oder so, müsst ihr wirklich ein Vorrats-Lama finden und es öffnen. Und es kann wirklich tricky sein. Ich meine, es spawnen pro Runde nur drei Lamas irgendwo auf der Karte und es ist wirklich schwer, teilweise zu finden. Ich möchte euch in diesem Video einfach so kleine Mini-Tipps geben, um eben ein Lama einfacher zu spotten bzw. zu finden. Ganz wichtig ist halt dabei, wie gesagt, es gibt keine festen Spawnpunkte für Lamas. Was es aber gibt, ist eine Karte, die eben anzeigt, wo es Gebiete gibt, in denen wirklich häufiger Lamas spawnen. Wie gesagt, es gibt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass die dort wirklich spawnen. Aber ich muss sagen, ich kenne das, dass ich dann auch wirklich öfters welche finde. Dieser User hat halt vor zwei, drei Monaten oder so war das, hier mehrere Spiele gespielt und glaube ich 200 Stunden darin verwendet, halt aufzuschreiben bzw. sich zu markieren, wo er die meisten Loot-Lamas gefunden hat. An sich ist eben Loot-Lamas spawned RNG-based, aber diese Karte könnte euch eventuell helfen. Was aber an sich der beste Weg ist, meiner Meinung nach, um Lamas zu finden, ist einfach euren Gleiter sehr, sehr früh zu ziehen. Ich hatte heute wirklich Glück, ich habe mein erstes Duo gegeben heute mit Gigant gespielt in dieser Season. Wir haben gleich am Anfang Lama gefunden und wenn ihr jetzt zum Beispiel über die Karte schwebt mit eurem Gleiter, wenn ihr den früh zieht, dann könnt ihr mehr von der Karte sehen und da müsst ihr halt wirklich eure Augen benutzen. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr so gut wie möglich schaut, ob ihr ein Lama findet. Und schaut auch in den Bäumen, weil oftmals sitzen die in Bäumen oder an der Seite von zum Beispiel Bergen. Und auch während des Games immer wieder, wenn ihr zum Beispiel Launchplay-App benutzt zum Beispiel oder wenn ihr einen Taschenriss benutzt, schaut währenddessen, ihr fliegt wirklich eure Umgebung ganz, 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 ganz gut an. Es geht ja nicht nur darum, dass ihr Gegner findet, sondern es kann wirklich sein, dass ihr einen Loot-Lama findet. Es ist nicht einfach, Loot-Lamas zu finden und an alle, bei denen das wirklich die letzte Challenge gerade ist, um eben die Woche fertig zu machen, toi toi toi, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr das Lama findet. Wie gesagt, haltet eure Augen offen und ich bin mir sicher, dass ihr irgendwann auf jeden Fall ein Lama finden werdet. Und wenn ihr eins gefunden habt, dann schaut, dass ihr da schnell hingeht. Gleich am Anfang, mir war das auch wurscht vorhin, habe ich gesagt, ist mir egal, ob ich sterbe, Hauptsache ich kriege das Lama, damit ich die Herausforderung machen kann. Also wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass ihr das findet. Macht eure Augen auf, macht eure Augen auf, versucht viel über die Karte hier drüber zu schweben und hofft einfach, fingers crossed, dass ihr einen lila Loot-Lama findet. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß bei den Challenges, noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream oder eben im nächsten Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß bei dir.